Eine Konzert-Ukulele aus Eiche. Eine C-O-A-K. Massiv Eiche-Decke. Massiv Eiche-Rüben. Hals auch Massiv Eiche. Das Ding kann ein bisschen was. Das Griffbrett ist aus Akazie. 14 Bünde bis zum Korpus. Insgesamt 18 Bünde. Und das gute Stück trägt stolz einen Satz Aquila Super-Neiliger-Zeiten. Wollen wir doch mal schauen, was da so rauskommt aus dem Möbel hier. Wollen wir doch mal schauen, was da so rauskommt aus dem Möbel hier. Wollen wir doch mal schauen, was da so rauskommt aus dem Möbel hier. Ich werde ein bisschen stimmen. Wollen wir doch mal schauen, was da so rauskommt aus dem Möbel hier. Wollen wir doch mal schauen. Wollen wir doch mal schauen. Ähm ... Wollen wir doch auch mal schauen, was da so rauskommt ... und das will sie sein, dass dieser Stelle sehr gut sein wird. Also, das ist bei uns noch was ich ... Aber du musst Computer daz Probung in allem